recht herzlich willkommen zur 186 folge vom kerbel space programm springen wir in unsere rakete das müsste ja diese sein die das ja sieht so aus nehmen wir die mal an wo wir da sind das sieht gut aus immer drunter das musste also sein wir fliegen nach da hinten und haben den munnen nehmen muss ist es ja nicht mun so kann ich den jetzt nicht als ziel sitzen und da bin ich hier gerade er ist doch da das ist schon mal richtig und den kann ich jetzt nicht als ziel setzen ja auch dann ist das halt so das ist der mun an sich zentrieren da kann ich keine an sich zentrieren oder das komisch das geht es auch nicht mehr näher oder sehe ich das gut okay jetzt ist ja nix noch auf einfache geschwindigkeit ja er hat zum nächsten manöger vorspulen das ist schon richtig machen wir mal zweiter stopp mal was mir da so gerade einfällt da gehen wir noch mal ein zentrum und nicht dass wir da jetzt gerade den anderen termin verpassen die ortungsstation mehr da sind noch sieben tage okay passt schon 8 stunden passt schon ja da wieder hin die karte ist jetzt da ich kann ihn trotzdem nicht auswählen keine ahnung jetzt hat es geklappt sehr interessant der doppelklick hat dann funktioniert gut dann mal weiter okay da kommt er jetzt gut so jetzt sind wir hier gleich gedauert noch ein bisschen aber 28 minuten ein bisschen vorspulen so 20 so da sind wir zwei minuten haben wir noch jetzt schnell ausrichten erst mal noch doppelt schnell ne hat wieder super geklappt ne sind wir gleich den punkt noch hier verpasst ne aber an der seite ist es ja jetzt nur da einmal ausrichten ne so oder rüber bisschen nach rechts das ganze so da sind wir 207 und ich bin noch nicht eingestellt dass mit der z-taste dass ich vollschub da naja dann halt nicht jetzt nur einmal dann gucken dass wir darunter brennen wow das dauert ja ewig wenn wir viel eher brennen müssen ne ja doppelte zeit das war schon das erste problem ne ja gehen wir schnell dahin und wo sind wir denn jetzt gelandet und dann müssen wir jetzt mal ganz schnell brennen wieder nicht auf null zurückgestellt das war unser problem ne so so aha das y ist hier mein vollgas sehe ich gerade und das z äh das x ist irgendwie ist es mit englischer tastatur oder sowas belegung zusammen gekommen ja gut jetzt müssen wir noch ein bisschen gucken dass wir das noch anpassen hier gerade so jetzt haben wir schon mal einen ordentlichen orbit wie sieht es denn aus ist nicht mehr ganz viel ne ist nicht mehr ganz viel gut das bedeutet also guck dass wir da irgendwie was hinkriegen ne nur was gehen wir mal auf die seite und da kommen wir als nächstes hin ach so wir sollten vielleicht erst mal ein ziel auswählen ne der forts als ziel setzen haben wir absteigerknoten aufsteigerknoten ok das ist auf jeden fall bis hier auch hin manöver hinzufügen ach so wir sind jetzt tatsächlich auf der falschen seite ne das kann weg und über hier natürlich hinzufügen so noch mal das ganze so da wird schon näher aber super das war jetzt der falsche dann können sie schon wieder löschen noch mal da war nur ein 8 noch mehr geht nicht könnte ich das jetzt mal bitte noch verschieben ja noch da das ist die man den anderen aber jetzt so hier nochmal korrigieren ja passt schon super falsch springt er jetzt so zügig rum so da sind wir dann 14 4 müssen wir da einmal brennen hier in vorspulen macht er schon dann müssen wir jetzt ausrichten dann müssen wir noch da unten da ist der punkt so darüber so passt es und dann man soll das jetzt korrigieren gleich so dann mal gerade brennen 7 6 5 4 3 2 1 gut sollte passen jetzt ne den punkt weg so jetzt müssen wir gucken dass wir das rendezvous dann hinkriegen das sieht doch schon mal gut aus hier also wir können jetzt wir sollten jetzt nicht gucken dass wir einen nehmen sondern erst mal in die nähe der bahn kommen egal von welchen beiden wir nehmen müssen wir den zuerst nehmen der da kommen wird weil so viel ist nicht mehr drin ein bisschen ist noch und ja jetzt mal einfach nur retro denke ich ein bisschen schub geben dass wir irgendwo näher rankommen ja jetzt ist die frage was zuerst ne ja ja gute frage ne also erst mal vielleicht den hier da können wir jetzt erstmal ein bisschen vorspulen gucken wenn wir da hinkommen so wir müssen ja definitiv hier jetzt sein um da drüben das mal rein zu holen allerdings ist es jetzt vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt erstmal noch ein bisschen so ein ei zu haben eine ellipse also das ist ja relativ nah beieinander ne ich glaube wir machen den kreis mal da noch ein bisschen kleiner das wäre jetzt machbar ich glaube wir fahren nochmal eine runde wo wir dann sind ich habe den ausgewählt ich müsste vielleicht wenn ich den äußeren nehmen möchte den mal als ziel auswählen ne aber das sieht ja auch gar nicht mal so schlecht aus ne so wo sind wir jetzt da hinten ne kann ich jetzt noch das ist vielleicht gar nicht so verkehrt da müssen wir jetzt mal nur vorspulen gucken wo wir da eine ernährung sind ja 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 liebste schon mal einigermaßen gut sein also gut nicht aber noch nicht schlecht sagen wir so ne warte mal der springt gleich nochmal um oder müsste eigentlich das ist jetzt so weit weg das ist jetzt hier ich glaube der abstand wird kleiner das heißt wenn wir noch eine runde fliegen müsste es eigentlich schon sehr gut sein in meinen augen probieren geht über studieren oder wie war das ich glaube in der nächsten runde passt das schon gehen wir noch eine runde schnelle jetzt näher okay so da ja doch gut ach der hat uns gerade überholt ne ist aber nicht schlimm weil wir jetzt gleich da enger werden retro haben wir noch ja das gerade mal kurz ein stück vor fliegen bis der an der marke da vorbei ist so jetzt ist es nämlich riesengroß geworden aber jetzt können wir da noch gegen was tun dass das so bleibt so das ist den seiner das ist unsere wenn wir jetzt erstmal da so hinbringen die unter dem wert oder in der nähe von dem wert jetzt habe ich mich natürlich erschrocken wo das gerade umgeschwungen ist jetzt sind wir hier schon runter ne das ist das das ist er da sind wir wir brennen gerade an der falschen stelle kann das sein wir brennen gerade an der falschen stelle kann das sein wir brennen gerade an der falschen stelle wir brennen wir brennen wir brennen wir brennen wir brennen warte mal dahin ist ja schon ein sehr kleiner abstand muss man trotzdem noch korrigieren ja jetzt sind wir schon da müssen wir weiter wieder nach hier fliegen um das effektiver zu gestalten 10 und 13 müssen wieder hier hin so die wird mehr warum wird die mehr ja gute frage genau hier vorspulen er hat da 10 wir haben da 13 10 10 10 12 Da muss es doch was Effektiveres geben, wie das, was wir gerade tun, oder nicht? Wir müssen einfach nur mal mehr brennen wahrscheinlich. Das ist das. Mal richtig ausrichten hier. Das werden wir natürlich ändern. Dann geht das auch gleich. Das war jetzt voll dämlich, was wir gerade wieder gemacht haben. Die Vergeudung von Ressourcen. So. Wir sind da und fliegen mal gerade nach da. Das hat ja wieder gut geklappt. Kurz noch vorfliegen. Obwohl... Ne, passt das schon. So. Jetzt haben wir den Abstand schon mal wieder so hingekriegt, dass es klappen könnte. Den weg. Ja, und dann müssen wir uns jetzt langsam... Das sind wir. Das ist er, oder haben wir jetzt wieder... Ne, Ziel ist er. Passt schon. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir dann zu dem hinkommen. Ja, aber dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dann auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.